Die Zeit der Schlechtwetterausreden ist vorbei. Denn Wind, Kälte und Regen haben keine Chance, wenn du mit der Supernova Stormjacke von Adidas unterwegs bist. Was mich neben ihrem Wind- und Wetterschutz besonders begeistert, ist das tolle Design. Sie sieht einfach gut aus, egal ob beim Sport oder in der Freizeit. Das liegt an der Kombination aus klassischem Schwarz und schönem Muster und an dem femininen, bewegungsangepassten Schnitt. Zu ihrer funktionellen Ausstattung gehört natürlich der besagte Schutz vor Regen und Wind. Das erledigt die Klima-Storm-Technologie. Damit du dich bei jedem Wetter wohlfühlst, helfen auch der Kragen und die verlängerten Ärmel mit Daumenschlaufen. So bleiben Hals und Hände warm. Aber natürlich ist auch die Atmungsaktivität für den hohen Tragekomfort entscheidend. Diese wird von dem leichten, weichen Material übernommen, das den Schweiß zeitnah nach außen verschwinden lässt. Insgesamt drei Taschen hast du für deine Laufutensilien zur Verfügung, eine davon mit Reißverschluss. Außerdem ist die Jacke schnell sichtbar, das liegt an den reflektierenden Elementen. Das macht den Lauf an früh, morgen oder am Abend noch sicherer. Probiere die Adidas Supernova Storm-Jacke in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell sie einfach hier online unter www.runnerspoint.com Am trektal善 Am strelen im v im im v im im Untertitelung des ZDF, 2020